Hallo, hier ist André von Clicktipp. Danke, dass du dir dieses Video anschaust. In diesem Video zeige ich dir, wie du kinderleicht und im Handumdrehen professionelle Landingpages für dein E-Mail-Marketing mit Clicktipp erstellst. Mit unserem Landingpage-Editor erstellst du direkt in Clicktipp deine Landingpages und kannst sie sofort nutzen, um Kontakte und Leads zu generieren und deine Contact Cloud auszubauen. Um auf den Landingpage-Editor zuzugreifen, klicke ich hier oben zuerst auf Listbuilding und anschließend auf den Punkt Landingpages. Auf der folgenden Seite werden mir nun meine Landingpages angezeigt, da ich aber noch keine erstellt habe, ist sie entsprechend leer. Um eine neue Landingpage anzulegen, klicke ich auf den blauen Plus Landingpage-Button. Ich gelange nun auf eine Seite, auf der ich einen Namen für meine Landingpage vergeben und einen Optin-Prozess für alle Anmeldeformulare auswählen kann, die ich auf meiner Landingpage einbinden möchte. Außerdem wähle ich hier unten eine Domain aus, über die meine Landingpage in Zukunft aufgerufen werden soll. Ich klicke nun auf den grünen Landingpage-Anlegen-Button, um meine Landingpage anzulegen. Hier links unter dem Punkt Landingpage-Editor kann ich nun meine Landingpage bearbeiten. Ich kann mich nun entscheiden, hierfür den Drag-and-Drop-Editor zu benutzen. Zukünftig kann ich die Gestaltung auch von der Clicktip-KI übernehmen lassen. Um mit dem Bau der Landingpage zu beginnen, klicke ich auf den blauen Fortfahren-Button. Wir haben dir für das Design deiner Landingpages bereits eine Palette an Vorlagen zur Verfügung gestellt, die du mit einem Klick auf Anwenden direkt importieren kannst. Für unser Beispiel wähle ich dieses Template aus. Ich kann nach dem Import sofort mit der Anpassung und Gestaltung meiner Landingpage loslegen. Der Aufbau unseres Landingpage-Editors wird dir vielleicht schon sehr bekannt vorkommen. Er ist funktional sehr ähnlich wie unser Drag-and-Drop-Editor. Ich habe rechts die Möglichkeit, Elemente wie Buttons, Textfelder, Bilder, Icons und vieles mehr per Drag-and-Drop direkt auf die Seite zu ziehen und anzupassen. Sagen wir mal, ich möchte ein Anmeldeformular einbinden. Dazu ziehe ich den Punkt Form per Drag-and-Drop auf eine geeignete Stelle auf der Landingpage. Das Anmeldeformular wird nun direkt auf der Seite angezeigt. Bestehende Elemente wie beispielsweise das eingebundene Anmeldeformular kann ich bearbeiten, indem ich sie anklicke. Die Bearbeitungswerkzeuge werden mir hier rechts angezeigt. Ich habe nun die Möglichkeit, die Breite, Ausrichtung, Schriftart und vieles mehr anzupassen. Außerdem kann ich neue Felder hinzufügen oder bestehende Felder entfernen. Wenn ich auf den blauen Add New Field Button klicke, werden mir alle vorhandenen Stammsatzfelder in meinem Benutzerkonto angezeigt. Nach dem Hinzufügen von Feldern habe ich außerdem die Möglichkeit, diese durch einen Klick auf Bearbeiten weiter anzupassen. Der Rest des Landingpage-Editors funktioniert nach dem selben Prinzip. Zum Veröffentlichen meiner Landingpage klicke ich nun oben rechts auf den orangenen Veröffentlichen Button. Mir werden anschließend noch einige Informationen zum Veröffentlichen der Landingpage angezeigt. Wenn ich mir diese durchgelesen habe, klicke ich ein letztes Mal auf den blauen Landingpage-Veröffentlichen Button. Die Landingpage ist nun über die angegebenen Domain erreichbar und Kontakte können sich sofort bei dir über die eingebundenen Anmeldeformulare eintragen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Jetzt weißt du, wie du den Landingpage-Editor nutzt, um im Handumdrehen komplette professionelle Landingpages für dein E-Mail-Marketing mit Klicktipp zu erstellen. Hast du Feedback oder Anregungen? Dann teile uns diese doch bitte sehr gerne mit. Vielen Dank fürs Ansehen und weiterhin viel Erfolg mit dem Landingpage-Editor von Klicktipp!